Guten Morgen, sag Guten Morgen Bruno. Guten Morgen. Was ist heute für ein Tag? Ähm... Ein schöner. Ich möchte ein schöner sein. Und was ist heute für ein Tag? Schöner. Und Mittwoch oder Donnerstag? Donnerstag. Richtig! Und dann sind unsere Spiegel dreckig hier. Ihr könnt mich gar nicht erkennen. Okay, aber hier ist auch ein Muster, deswegen. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Sorry für das verstorbene Bild. Und ja, die Bahn streikt. Ich bin gespannt, wie gut ich durchkomme. Ich bin da und ich bin pünktlich. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Kann ich mir ein bisschen Brot schmieren. Und dann geht's los. Ja, ich bin angekommen im Kindergarten. Tatsächlich. Oh Mann, Stau ist so ermüdend. Endlich kann ich mit jemandem reden. Ja, jetzt hole ich Bruno ab. Das wäre jetzt ein bisschen doof, aber ich wollte eigentlich mit ihm noch ein bisschen Roller fahren. Erstmal pullern, Roller mitnehmen. Und dann mal gucken. Vielleicht drehen wir eine Runde um den kleinen See hier. Oder eigentlich ist es so ein Beckenmeer. Und ja, dann ab nach Hause. Was hast du da? Nein, das weißt du, was das ist. Was ist das? Ähm, Fotos. Ein Fotos? Nein, das ist die Kamera. Wo ist die Toilette, Bruno? Äh, da. Nee, da. Nee, Schatz, überlegen wir nochmal. Ich weiß nicht, was das ist. Ist wahrscheinlich Müll. Ich könnte es nicht sein. Papa, ich bin da. Mach dein Auge zu. Okay. Lippe, Lippe, Lippe. Pippa, Lippa. Pippa, Lippe. Pippa, Lippe, 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 Lippe. Ich kann es sehen. Wir gucken jetzt ein bisschen Baby Blocksberg. Was ist das? Baby Blocksberg. Das ist Baby Blocksberg. Ja. Und was machen wir? Wir ruhen uns ein bisschen aus. Ja? Ist so ein Möhrchen? Ist Möhrchen gesund? Ja, ne? Nicht so lieg, aber ich wollte Doppelkinn haben. Ja, das ist Realität. Mal so dick ist selber ein Doppelkinn. Hallo. Peppa. Ey. Peppa. Peppa. Hey. Komm, Bruno, wir müssen Zähne putzen. Wo ist denn deine Zahnbürste? Peppa. Ah. Ach da. Hihi. Zeina, wo bist du Zeina? Jo, bitteschön. Danke. Ach so, die Zeit. Das machst du fein, aber Richtung Waschbecken. Was ist denn? Was ist denn? Hm? Tschüss. 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 Vielen Dank.